Schön, dass ihr eingeschaltet habt, meine Lieben, hier bei Division 2. Ich war ja, wie ihr im Vlog schon gesehen habt, in Malmö auf dem Capture-Event und dort habe ich schon exklusiv Division 2 aufnehmen können, was sieben Monate nach Division 1 spielt, diesmal in Washington statt in New York. Der Schauplatz hat sich geändert, das Grundsystem vom Spiel ist sehr ähnlich geblieben, sie haben es sehr stark weiterentwickelt auf Feedback von Division 1. Die Dark Zone gibt es natürlich weiterhin noch, aber es gibt jetzt auch noch weitere PvP-Modi, Online-Modi, Team Deathmatch oder Herrschaft zum Beispiel, das werden wir auch alles sehen hier in diesem Video. Ich würde sagen, euch viel Spaß mit dem Gameplay und Grüße gehen raus an Vive HD, der hier auch mit von der Partie war. Und ab geht's! Und hat schon den ersten Kill. Nice! Ah, der geht ordentlich um... puh, okay, da sind ein paar Gegner. Was war denn das für ein Selbstmörder? Oh, da ist auch ein Elite, ein Oranger, Gelber. Einer, der Granaten wirft. Up and down. Nice! Sehr gut. Der wirft Brandgranaten. Ja. Brandgranaten. Und hat sich gerade selber in die Luft gejagt. Oh, hinter mir. Oh, ich brenne! Nein! Komm her! Ich helfe dir mal hinten. Komm noch mehr. Was ist das? Okay, ich habe jetzt ganz schön viel Loot hier eingesammelt. Ich glaube, hier liegt jetzt irgendwas auf dem Boden. Ja, du kannst super viel Loot jetzt einsammeln von denen. Nehmen wir mal alles mit. Und das packen wir alles in unseren Sack, den wir gleich rausbringen können. Viele Gegner? Ne, ich verewige mich gerade hier auf dem Truck. Was ist das? Ha, 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 ha. War hier. Cool. Und jetzt müssen wir zum Extraction-Punkt. Warte mal, da hinten läuft einer. Ja, ist jetzt so schlau, drauf zu schießen? Also müssen wir sowieso in die Richtung... Ah, ne, oder ist das unser Kollege? Ne. Ne, ne, ne. Doch. Ne. Ne, das ist ein anderes Team. Lol. Das ist ein anderes Team. Hallo? Hallo? Kann man die anschießen? Mach mal lieber nicht. Komm, der Sniper in die Hand. Die, die, die bumsen mich ja direkt. Äh, ja. Wir gehen jetzt zum Extraction-Point. Die können, die können ja weggehen. Warte mal, wo bist du denn? Hier. Hier, hier vorne. Hä, wie krass. Das ist jetzt halt... Warte mal, wir machen einen weg, während wir weglaufen. Warte mal, der Golf, der steht. Ey, schieß mich ab. Was soll denn das? Oh, weg, 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 weg. Ne, aber wir können uns gar keinen Schaden machen. Ach, scheiße. Okay, anscheinend haben wir hier für das Event. Doch, man kann schon. Lauf, lauf, ich habe... Hier ging's scheiße. Oh, ich bin... Ich bin down. Scheiße, wir hatten doch voll die geile Loot. Du machst das. Bleib mal neben mir stehen. Kranotte! Bleib mal neben mir stehen. Kranotte! Alter, die legen sich halt übel mit dem Falschen an, so, ne? Äh, ich... Ich versuch, zu dir zu kommen. Äh, ähm... Nein, was ist das denn, Junge? Die haben ne Drohne oder sowas? Die haben ne Drohne oder sowas. Ja, kriegst du nicht. Oh, wie? Wie? Ja! F? Ja! Oh mein Gott! Hol mich, Bruder! Es klappt! Hol mich, Bruder! Ehrenmann! Du bist da, du bist da! Jetzt werden wir gewummst. Ja, die rushen, die rushen, die rushen! Wir sind über Arsch! Ich bin tot! Oh no! Ja! Werf Granaten! Äh, er hat mich gefinischt. Oh, wat'n... Wat'n Arsch! Alles klar, Kollege! Also, wir haben ja nicht angefangen. Die haben angefangen! Okay. Okay. Wie ihr wollt! Wie ihr wollt! Okay, Krieg hat angefangen. Bravo! Äh, spawned bravo CP. Ja, bravo CP. Okay, wir direkt gerade aus zu den Rennen. Jetzt gibt's auf die Nase, ey. Oh, der hat richtige Schatz bekommen! Muss aber ganz direkt los. Und ich werd... Oh, okay. Oh, kacke. Kommt seine Drohne. Na, Granate! Ja! Shit. Wir kreisen uns. Oh, kacke, seine Drohne. Greift mich an. Aua. Ich schieß aber auch wie der letzte Hampel, ey. Oh! Drohne? Mach mal nicht. Mach mal keinen Stress. Boah, die kassiert aber auch gerade böse. Hä? Ja, du machst das. Die sehen mich. Die Drohne, nein, die Drohne. Die Drohne macht mich. Die Drohne hat mich auch. Was ist denn die so sick? Die Drohne hat mich einfach gekillt. Alter, die ist echt übel so p. Was ist das? Die ist super OP. Ich schieß die ganze Zeit mit der Schattenkirche auf. Ich wünsche wieder beim Spotpunkt. Ich komme direkt. Komm, einmal müssen wir die jetzt holen. Okay, okay, ich lebe wieder sein. Ich lebe immer noch. Die dürfen nicht unseren Checkpoint hier holen. Oh, die sind da. Oh, kacke. Oh mein Gott. Oh nein, da ist einer von der Seite reingekommen. Jetzt wird der gebombst von dem Turm. Hab einen, hab einen. Ich habe ihn reingebaitet. Nice. Versuch mal zu dir zu kommen. Hab noch einen. Nice. Steck dich. Oh, was läuft? Und nach den, Digga. Der ist ganz easy. Und noch einen. Kannst mich wieder beleben. Ja klar, komm her, wo bist du? Ich bin direkt hinter dir. Oh, er hat sich dann hingelegt. Ah, aufentspannt hier. Drei Killschool. Nice. Mann kennt ihn. So. Ja, okay, jetzt looten wir die und dann hauen wir ab. Oh, die haben bestimmt krassen Sachen. Kann man gar nicht looten, ne? Andere Spieler. Doch, Steal Loot. Ach so. Ging bei mir nicht. Auf dem Set kannst du dann... Ah doch, den hier, ja. Da sind vor uns welche. Och nee, wir schauen wieder. Das sind aber NPCs. Okay, okay. Ja, die können wir holen. Okay, den hab ich. Drei Leute hab ich. Oh, Granatwerfer. LOL. Hab ich. Schön. Boah, jetzt hat ich noch einer. Ja, hab ihn. Nice. Okay, denn die haben wieder Loot verloren. Das ist gut. Das ist übrigens die Dark Zone, Leute. In der wir gerade rumdümpeln. Ich glaub, muss in der Ranzoom so weit darfst du gar nicht. Er ist schon neu gespawnt. Hast du gehört? Ja. Du musst in der Ranzoom, du darfst gar nicht so weit zeigen, oder? Die Zone darf ich zeigen. Ich darf nur nicht die ganze Karte zeigen. Leider nicht. Ich würde euch gerne mehr zeigen von der Karte, aber das seht ihr dann erst, wenn das Spiel rauskommt. Aber wir gehen mal hier vorne zu der Mission. Sonst kommt hier die Content-Polizei. Da ist, da ist hier, hier, wie heißt das hier? Boah, das ist Meisterhaus. Nee. Kapitul. Oh mein Gott, was hat das Film. Kapitul. Meisterhaus. Ah, man kennt ihn. Ja, der... Ist das noch im Dark Zone? Nee. Nee, ich glaub, das ist mitten in der Stadt. Aber wie ihr seht, hier, das ganze spielt in Washington. In Washington DC. Sieben Monate, glaub ich, nachdem... Oh, hier sind Gegner. Ich komm. Sag mir bitte mal, Bots. Oder Online-Spieler. Äh, nee, normale. Okay. Ich seh's. Alles easy. Lol. Oh. Guck mal, ich hab hier gerade, äh... Loot... Loot all. Ich hab gerade den Drop gekriegt von den... von den Boys. Oh, ich hab einen richtig kranken Schuss abgeschaut. Aber meine Drohne geht ja ab. Die bumst ja voll. Wer sind nur die gerufen? Äh, ist ne Fähigkeit von mir. Also jeder hat... Oh, das ist der Boss. Oh, kacke, das ist... Kein netter Typ. Nääääääää, Vorsicht! Aaaah, der, 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 der Hammer. Oh Gott. Hau drauf! Der ist gleich da und der ist gleich da und. Oh, seine Rüstung ist schon kaputt. Gott. Nein. Oh, er hätte mich fast gekriegt. Krass. Guck mal, hier kriegen wir blauen Loot. Oh, wir werden angegriffen. Oh, von der Seite. Noch einer. Und hier oben ist noch einer. Die AK ist aber geil. Hast du gerade einen Hammer oder so von dem aufgehoben? Äh, nee, eine Rüstung. Okay. Eine Rüstung und noch eine Maske. Aber wir müssen gleich die Sache mal rausbringen. Äh, irgendwer schießt ja auch irgendjemand. Ja, da hinten ist da einer. Ja, haben wir ab. So, und jetzt müssen wir hier den Heli rufen, ne? Ja. Okay. Okay, yo, ist gerufen. Jetzt sehen alle auf der Map, die wollen was wegbringen. Können wir uns irgendwie verstecken hier vernünftig? Ich hab halt übel Angst, dass jetzt das andere... Oh, kacke, da sind... Oh, mein Gott. Da sind NPCs gespawnt. Das ist schon mal nicht so geil. Kein Bock, dass jetzt das andere Online-Team wieder ankommt. Nee, ich auch nicht. Das war vor allem vier. Die Bumsos auf jeden Fall. So, wir wollen nämlich noch hier, auch wenn gerade unsere erste Stunde hier schon vorbei ist, wollen wir jetzt hier aber noch unseren Loot saven. Wollen zumindest den Erfolg hier noch erleben. Oh, verdammt. So, zum Glück kommt jetzt gerade kein anderer, kein anderes Team, weil denn ein anderes Team könnte uns jetzt quasi platt machen, unseren Loot klauen und selber wegbringen. Das ist echt übelst und geil. Das war schon bei Division 1 geil. So, 10. 10 Sekunden, dann ist er da. Komm, 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 komm. Oh, hinter uns sind Gegner. Wo, wo, wo? Vor uns sind auch Gegner am Radar, siehst du? Ja. Lass erstmal gerade schnell probieren, die Sache anzuhängen. Okay, hier ist er. Oh, da hinten ist er. Hier ist er. Hier ist er. Hier, hier, hier. Schnell dran. Attach Loot. Ja. Und der macht's dran? Ist dran. Nice. Nice, 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 nice. Er kann wieder fahren. Geil. Unten werden gerade ganz viele Sachen noch weggegeben. Also ganz viele andere sind, glaube ich, bei anderen Extraction Points. Man macht gerade das Gleiche. Total gut. LOL. Yeah. Achso, Level Up. Alter, was für geile Sachen wir gekriegt haben. Hast du es gesehen? Legendäre. Lord, ich habe einen Granatenwerfer. Lord. Ich habe einen Granatenwerfer. Wie geil ist das denn? Ja, das war erfolgreich. Das war eine erfolgreiche kleine erste Runde. Ja. Was macht unser Mensch, Junge? Guck mal auf mein Bildschirm. Was ist das? Warte, warte, warte. Ist der mit dem falsch? Ja. Ist das der neue Fortnite-Dance hier? Er lächelt mich an. Ich weiß die Dinge. Ist der Division-Dance? Irgendwie sowas. Der hat richtig Spaß. Wie macht man das denn? Okay. Ja, ist ja cool. Aber vielleicht statt zu tanzen, hilfst du uns mal. So, nachdem wir gerade ein bisschen Darkzone und PvE gesehen haben und auch ein bisschen PvP, werden wir jetzt in den richtigen PvP-Modus reingehen. Team Deathmatch heißt es 4 gegen 4. Und wir haben noch zwei internationale Kollegen dabei. Das heißt, wir werden uns untereinander auf Englisch unterhalten. Was, muss ich sagen, beim Schneiden sehr, sehr lustig ist. Faut einfach mal rein. Macht euch lustig über all unsere grammatikalisch und inhaltlich richtigen Kommentare. Doch weiß ich auch mal, wie das ist, wenn man sich so eine Folge anguckt. Es war schon supergeil zu schneiden. So Leute, wir spielen jetzt ein bisschen Skirmish. Ich bin immer noch Alpha, hoffe ich. Du bist immer noch Bravo, genau. Alles super. So, wo sind sie denn? Oh, ich sehe sie, ich sehe sie. Wo, 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 wo? 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 Are you the Delta guy or the Charlie guy? Uh, we are just. Okay, Delta guy. Awesome. Okay, at the end of the street or where? Wo? Oh, yeah. I think they, yeah. Okay, someone. I have one. Oh, what the fuck? Grenade is out. Yes, no damage, no damage. No, no life. Go. Oh, yeah, over there. Yeah, he is down. And, nice. First kill. Okay, very good. Behind us, behind us. Behind us. One down. I made another kill. Oh, here's an enemy drone, enemy drone. Okay, he is down, he is down. Okay. Easy life. Yeah. Four versus one is, uh. It's very good. It's very good. Yeah, yeah. It's like, it's like a, it's like a, team deathmatch, yeah. There, one is at the, uh, at the building. Yeah. I will snipe him. Yeah, hit. Oh, nice. Killed one guy. Yeah. Did you get him? Another guy. Very good. How was it? Two guys, easy down. We are beasts. The guy behind us is maybe down, but maybe he's healing him. Where? Nobody from our team is still dead. That's good. Yeah. 1611 is the, the life. Let's go together. Oh, from the, from the, uh, street here. Yeah, a lot of streets. Yeah, uh, the little one. Uh, oh, okay, okay, okay. On the left side. No? Should we rush them? I throw a grenade. Oh, no! Drone, drone, drone. Drone is down. Drone is down, very good. Got him, got him. Oh, got him. Headshot. I'm rushing. Killed him. Finished him. Where are you? Healing, healing myself. Oh, shit. Okay, I'm coming to help you. I'm healed. Don't, don't die. Okay. Yep, saw him. Easy. Behind the yellow, uh. If you have grenades, use them. Oh, oh, I, I, I come for you. Okay, I killed one guy. Oh, no, oh, no, they got me, too. Oh, it's a drone. Oh, it's a drone. Oh, on your right side, Charlie. Down. Help him. Yeah, nice. Very good. Easy. Geil. Let's go. Thanks, mate. 15 to 7. Oh, there's someone here on the left side, on the left side. Oh, yeah. What is going on, boy? We got him. And down. Oh, there are another ones. Far away, on the same street. Straight on. Oh, from the left side. Exactly where I am. What the fuck? He's next to me. What the fuck? I can't jump. Oh, where was he? Genau hier, wo ich bin. Nee, auch hier, auch hinter mir war noch einer. On the right side behind us. Oh, hier ist wieder eine Drohne. Oh, hier sind zwei. Where is... Hier. Am gelben Spot. On the yellow spot. There's a drone. Oh, kacke. Oh, fuck it. With me, with me, you run. Fuck. Dammit. Are you down? Ich bin, ich bin down. Oh, shit. I'm coming. I'm respawning. Killed one guy. Nice. The whole bunch fucking kills I made. Okay, there's a helicopter. I don't know why. Get wrecked. One guy was closer. He was camping at the spawn. He's dead. Oh, behind us. Why I'm calling. Easy. Geil. Jungs, dat bockt. Where are you? Dat macht spass. Dat macht spass. Schnitzel. Don't know where they come from. I hope the enemy team are the other Germans. Oh, they rage quitted. Oh, here, 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 next to me. Oh, here's everyone. Okay, guys. Eat my grenades. Oh, drone, drone, drone. Enemy drone. I'm down. No. Nope. No, I, uh, ich hab. Okay. Drone us down, drone us down. Oh, von da, wo wir herkommen, 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 von behind us? Oh, ja. He's behind the, the white wall. He's behind us. He started to drown. Ja, uh, and throw us down. Nice, very good. Oh, fuck, we need help. Delta trollty. It was close. Oh, fuck it, fuck it, I'm down. Nooo! The first death. I'll get you, I'll get you. Too easy. Niemals, niemals! For the team. Guys, they have no points. Yeah. It's 14, 2, 0. But there's, there's still a drone coming from, uh, where is it? Oh, there's someone. Oh, it's a drone, it's a drone. And he's full OP. Fuck this drone. Okay, it's down, there's another one. Oh, there's another one. Oh, yup, 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 yup. Wait. I think I changed my weapons to a sniper. Oh, uh, let's not go for it. Suck. Oh, nice. Push him, push him. One second. I just need a... What is a sniper? I don't know it. Like this. Or this. Oh, this one's better. Okay, now we have a sniper. Come on, guys, where are you? They're camping over here. Ah, on the ass. Just get away from the back, that bitch. Boom. That was. One. Yes. Easy. Let's go. Very good, yeah. Nice job. Off and short. Oh, we won 2-0, yup. They won't be coming back. Okay. Hahaha. Charlie was the best one. There is a Russian player here. Oh, cool. So, let's go. Match complete. Nice. A short cut. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Und weil der Multiplayer so schön war und so lustig, ähm, und wir dann so ein gutes Team natürlich waren, hab ich für euch noch Herrschaft. Äh, in Division 2, gibts auch den Modus Herrschaft und, äh, dort geht es drei Punkte zu halten, welches Team als erste 750 Punkte inne hat. Durchhalten der Punkte gewinnt und mal gucken, wie wir uns da schlagen. Und vor allem, was für komische englische Sachen wir da... Lara Croft ist unser Team Da sind wir Da sind wir Ein Sekund Ein Sekund, ein Sekund Ich werde hier Easy Let's go Oh, what the fuck Oh, there's, there's airdrop Oh, okay Capture, I take it Oh, oh fuck Okay, A ist Can you get me? Oh, they're, they're shooting at us You can do it Oh shit Oh damn it, they're pushing B Oh nice One guy down That's good There's another guy Oh, what the fuck Okay I don't Einfach rein Three guys Let's go Oh, they're coming for the spawn At our spawn? Yeah But I think it's only one guy Yeah He's down Then come on I go to C Okay Following my drone Okay, never mind Okay, I downed one guy He's finished Okay We're following you Coming with my drone Oh, there's another guy Oh, I'm down, I'm down Help me, help me Oh yeah I will get you Easy, nice Yeah Thank you Bruder muss los Bruder muss aber ganz gewaltig los Oh, guck mal, der hat sogar loot verloren Rush den, rush den, roll Oh, I hate drones How we can use our EMP? Oh, pucker, das ist ja unser Das war's ja du Oh, hier vorne hinter der Wand ist noch einer Let's go Rechts hinter der Wand Hey, go Russian Hey, guys, how are you doing? And He's down Oh, shit, ich bin down Oh, kacke Oh, der hat mich gesniped No Alter, der hat uns voll weggesniped I'm down as well But the thing is We have 250 And they got 100 So, never mind We don't care Easy Okay 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 We have to hold B For now We have to rush B, dad Yep Getting the drone Let's go Oh, over here Shit I'm rushing I just forgot I can't heal myself Hahaha, meine Drohne hat ihn abgelenkt Wie geil Aber, jetzt kann ich hier Pfeil nehmen Oh nein Wo kommt wieder eine Drohne Ach, fuck off Oh, das ist ein Scheiß Oh, kacke Nate Oh, noch eine Drone Down Drone is down Ich will jetzt meine Scheiße Crossbowl rauspacken Bro You're fucking with the wrong guy Yeah, I know you're down And I'm down From a drone Can someone help me Okay, I'm down A drone is finishing I hate Those drones No Okay, nevermind I never play again With My sniper Oh, no I killed him Can you get me? A drone A specialization supply drop How about he's Ow A second one I'm getting him Protect us, protect us I'm joining you guys Oh, there's a drone One second Drone down That's not the drones That's good Oh, there's a turret I go From Another side Oh, there's still a drone What the fuck There's another drone Help me, help me, Charlie Fuck off, eh Charlie Ach, I'm back Oh, fuck Charlie, bro Warum hilft mir Charlie nicht? Hahaha 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 Wir wurden alle hart Gewummst Da Und du wirst wieder geholt, ne? Ja Jetzt wummse ich die, pass mal auf Also jetzt ist es auf jeden Fall schwieriger Wir haben gerade zwei Leute gekillt Hier wird gar nichts schwieriger Das ist schon wieder eine Drohne Wie geht die denn alle her? Hey, ich kann den nicht beschwiegen Oder jetzt? Hi, what's going on here? Okay, den hab ich weggemacht So, hier wird geheilt, das ist gut Oh, da kommt ein airdrop Da ist ein airdrop No Okay, die sind sniping Yeah With three drones What the fuck They got three drones Okay, never mind But We are still winning Shit I'm disabling drones Okay, nice Very good Three of them Where? I'm going in Just hold our points Oh, kacke Oh, kacke Hier sind zwei They are two Right in front of me Man kann auch Nahkampf machen, ne? Mit der Tab-Taste Echt? Easy We've won the second round Yeah Again Quite good Well done Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da Darüber würde ich mich freuen Das Event war sehr cool Grüße gehen auch raus Nochmal an der Vive Und schaut gerne bei ihm auf dem Kanal vorbei Bis dahin Euer Seppjö Und ich denke Zu Division 2 Werden wir einige Streams sehen Weil das Hütte sich total gut an Und ich habe auch schon gesehen Bei Jays Top-Liste dieses Jahr Ist er dabei Da sehe ich uns Haut rein